Alle haben ihre Karten, ihre Helden. Nur ich stehe hier und warte darauf, dazuzugehören. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Plötzlich halte ich meine eigene Karte in der Hand. Und in meinem Kopf beginnt eine Reise voller Abenteuer. Ich bin nicht mehr nur der Außenseiter. Sondern der Held meiner eigenen Geschichte. Und plötzlich stehen sie alle vor mir. Meine Helden, meine Freunde. In diesem Moment gehöre ich dazu. Und die Welt der Collective Magic wird zu meiner Realität.